also jetzt zunächst den an ausschalter auf anstellen also erst mal das öl hier kann man das öl wechseln das ist der öl wechsel genau wieder zuschrauben jetzt den an ausschalter betätigen nicht vergessen vorher das hypothetische erdungskabel anspießen jetzt den gage fuel gage aufmachen und jetzt einmal den anlasser light ziehen etwas widerstand und jetzt schnell dann die nachdem man die abgemacht hat erstmal ein paar minuten laufen lassen über 680 watt den hasen auswählen unter 680 watt die schildkreuze